meine freunde wir geben noch mal 94 plus shapeshifter spielerwahl ab weil es doch so geil ist ich hab das glaube ich erst einmal gemacht am anfang irgendwann mal ist aber schon eine weile her zwei mark schon alten moments 93 plus abgeben könnt ihr euch alle durch meinen kanal raussuchen ich bin echt gespannt was da jetzt noch kommt ob da noch mal so ein richtig geiler die drinnen wäre ich hatte den schon mal als leihspieler für sieben spiele der war ja mega mäßig hat er sich hier gespielt ja das wäre natürlich jetzt zum ende von fifa 22 noch mal der richtige kracher alter meine freunde wenn ihr neu seid auf dem kanal denkt dann lasst gerne gleich ein abo und like aktiviert die glocke nicht vergessen damit er auch wirklich alle videos von mir seht meine freunde vielen dank ihr seid die besten wir gehen rein 321 let's go kommt es heute schon mal gespielt auch ganz lustig eigentlich aber wir nehmen natürlich für die steps kobe aber auf jeden fall kobe schade so einen schönen genova hätte ich jetzt auch gerne habt leute wenn ihr das gemacht habt schreibt mir unbedingt in die kommentare da rein was ihr drin hattet